Ich frage mich, wo sie bleibt. Ich hoffe so sehr, dass sie noch kommt. Da kommt sie. Sie sieht so schön aus. Hallo, schön, dass du da bist. Du siehst gut aus. Hallo, schön, dich zu sehen. Danke, du siehst auch gut aus. Wollen wir reingehen? Ja, sehr gerne. Okay, ich habe für uns reserviert. Das ist ein sehr schönes Café. Ja, ich finde es hier auch sehr schön. Sollen wir schon etwas bestellen? Ja, ich rufe mal die Bedienung. Hallo, wir würden gerne bestellen. Ich bin unterwegs. Hallo, was darf es sein? Ich hätte gerne einen Rotwein. Für mich auch, bitte. Okay, kommt sofort. Ich mag deine grünen Augen. Danke, ich finde deine Haare cool. Wie läuft es bei deiner Arbeit? Sehr gut. Bei dir? Auch gut. Meine Kollegen sind echt nett. Das freut mich. Der Wein sollte jetzt kommen. Da kommt die Bedienung. Hier sind die Gläser. Der Wein kommt auch. Hier ist der Rotwein. Vielen Dank. Soll ich uns etwas einschenken? Ja, bitte. Auf uns. Auf uns. Das ist ein echt schöner Abend. Ich wollte dir noch etwas sagen. Was denn? Ich glaube, dass ich mich in dich verliebt habe. Endlich hast du es gesagt. Ich bin auch in dich verliebt. Wollen wir ein Paar sein? Ja, lass es uns versuchen. Lass uns gleich spazieren gehen. Das würde mir gefallen. Gut. Ich verlange dann nach der Rechnung. Entschuldigen Sie bitte. Wir hätten gerne die Rechnung. Hier ist Ihre Rechnung. Ich übernehme das. Hier sind 25 Euro. Der Rest ist für Sie. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke. Gleichfalls. Danke. Ihnen auch. Wollen wir los? Ja, lass uns gehen. Sollen wir in den Park? Das wäre so romantisch. Das finde ich auch. Komm, lass uns los. Danke für diesen Abend. Ich fühle mich echt wohl mit dir. Ich fand es auch sehr toll. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich liebe dich. Ich dich auch. Du bist so toll. Der Kuss war schön. Lass uns noch etwas spazieren. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke rechts, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Das war's.